Ja, hallo zusammen. Ich zeige euch hier mal, wie man in Go wunderbar mit bordeigenen Mitteln von VisualCode Code Coverage anzeigen kann, wie man damit arbeiten kann. Ich habe dafür hier den Quellcode runtergeladen via Conway's Game of Life. Das ist ja den meisten von euch ein Begriff. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr diesen Code unter Codeabdeckung bringen könnt. Und einmal gehen wir dafür in Builder Studio Code in die Settings rein und geben hier doch einfach mal Go ein. So, jetzt haben wir links da schon eine Suche gemacht und können hier schon mal filtern auf Go. Und die gibt es in Eigenschaften, die ich bei mir schon überschrieben habe. Wo finde ich die denn jetzt? Die sind irgendwie markiert. Genau, die sind hier mit so einem blauen Strich markiert. Und zwar habe ich einmal den Coverage Decorator geändert. Und zwar in Typ Gutter. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das hat jetzt nichts zu bedeuten. Das ist nur der Style, den ich gerne wähle. Viel wichtiger ist hier diese Einstellung, die ich auch geändert habe. Und zwar heißt die Cover und Save. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Application speichere, wird ein Coverage gemacht. Die restlichen Sachen habe ich nicht geändert als Standard. So, hier habe ich jetzt den Quellcode, die Main.go. Und jetzt gehe ich hin und erstelle mal, ich lasse mir mal kurz Unit Test erstellen für die Datei. Das geht wunderbar mit dem Command Fenster in Visual Code recht einfach. Generate Unit Test for File. Und jetzt habe ich das gemacht. Und jetzt hat er mir hier, seht ihr, ich habe eine Main.go und ich hatte eine Main-Test.go erstellt. Ich werde jetzt die Applikationen auf die linke Seite schieben. Das heißt, ich habe jetzt rechts die Anwendung und links habe ich den Test. Ich kann jetzt hier oben auch auf Run Package Test mal draufklicken. So, und was jetzt passiert ist. Ich habe einerseits, auf der rechten Seite sehe ich jetzt rot, den Bereich, der uncovert ist, also der nicht getestet ist. Wenn hier keine Markierung ist, wie zum Beispiel hier, dann heißt das, dass dieser Bereich nicht testbar ist. Also Imports kann ich nicht testen. So, was ich auch sehe, ist unten im Output sehe ich jetzt auch die Menge an gekoverten Statements. Und die ist, ja, wie wundert es, bei 0%. Okay, dann werden wir doch einfach mal hingehen. Und wir, ich sehe, wir möchten mal hier rechts, die Func New Field möchten wir jetzt mal unter Test setzen. So, dafür wurde jetzt hier gerade ein Testfall erzeugt. Also das Leergerüst wurde uns erzeugt und wir gehen jetzt hier rein und erzeugen jetzt hier einfach mal einen, in dieser Iteration, einfach mal einen spezifischen neuen Fall. Keine Ahnung, wir nennen den mal Name, keine Ahnung, hier einfach so, also einen von Erfolgsfall nehmen wir. So, ich drücke jetzt schon mal STRG S zum Speichern. Und jetzt seht ihr schon, dass alle Decorator sind weg. Und hier unten steht, ja, Fail. Ja, ne, ich habe in der Tat jetzt eigentlich einen Fehler gemacht. Er konnte nicht kompilieren und deswegen sind alle Coverage Decorator weg. Wenn ich jetzt hier einen Komma hinmache und erneut speichere, dann, ach gut, hier ist auch ein Komma hin, dann kommen die Decorator wieder. Und jetzt seht ihr hier, hey, wir haben was Grünes. Genau, dieser Bereich ist jetzt unter einem Test. So, jetzt möchten wir aber gerne noch hier in diese Schleife rein. Dazu muss ich ihn jetzt, ihr seht es ja schon hier in dem erstellten Konstrukt, kann ich ihm hier auch Arcs mitgeben. Das heißt, ich gebe ihm mal kurz Arcs mit. So, das geht ganz schnell. So, und ich sage ihm jetzt hier, ich habe einmal die Breite von 0 und die Höhe von 0. So, genau. Ich speichere das wieder und ihr seht, das ist weiterhin rot. Ist ja auch klar, wenn man darüber nachdenkt, denn ich iteriere hier über S. Und S ist ein zweidimensionales Bool-Slice mit der Höhe von H, also dem Eingabe-Parameter H. Das heißt, wenn ich jetzt H, W und H mal kurz an Wert gebe. Jetzt geben wir mal 1. Ich drücke jetzt auf Speichern. Jetzt haben wir diese Func unter kompletter Testabdeckung. Hier haben wir jetzt auch in der Konsole stehen, dass wir jetzt 10,5% der Statements unter Test haben. Genau, das ist jetzt ein fehlgeschlagener Test, weil ich müsste jetzt hier noch das erwartete Ergebnis hinzufügen. Hier drunter einfach ein Wort. Aber ich wollte euch jetzt in diesem Video nur mal kurz zeigen, wie ihr mit bordeigenen Mitteln in Visual Code wunderbar die Codeabdeckung euch anzeigen lassen könnt. Und quasi so bestehenden Code recht einfach unter Test zu bringen, aber auch als ein nützliches Werkzeug, um Test-Driven zu entwickeln. Ja, das war's. Und wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Danke. Tschüss.